Die Mutter der 8-jährigen Marlene ist gestorben, als das Kind 3 Monate alt war. Sie hatte eine Lungenembolie und ein Gehirnödem, ist plötzlich in der Küche zusammengebrochen. Der Notarzt konnte sie nicht mehr retten. Sie könnte noch leben, wenn sie nicht die Verhütungspille Jasmin von Bayer genommen hätte, meint der Witwer Christian Schock. Seit Jahren quälen ihn die gleichen Fragen. Wie hätten wir es vermeiden können? Was hätte ich tun können? Man überlegt ja, wo der Fehler ist. Wieso muss eine Frau, eine junge Mutter mit 30 Jahren, von einer Sekunde auf die andere gehen, ohne sich verabschieden zu können? Jasmin ist eine Verhütungspille der sog. 3. und 4. Generation mit dem Wirkstoff Drospirenon. Sie ist beliebt, denn die Frauen sollen mit ihr nicht zunehmen und eine bessere Haut bekommen. Doch die Gefahr, Drospirenon-haltige Pillen sollen laut Studien 2- bis 3-mal häufiger Thrombosen und Lungenembolien verursachen als die Vorgängerpillen. Christian Schock bereitet mit seinem Anwalt eine Klageschrift gegen Bayer vor, denn sie sind überzeugt, es war die Pille. Bayer sieht dies nicht als hinreichend medizinisch belegt an. Doch die Obduktion von Astrid Schock hat keine anderen Ursachen ergeben. Sie hat nicht geraucht, hatte kein genetisch erhöhtes Thromboserisiko. Insbesondere, was Bayer sich absolut vorwerfen lassen muss, ist, dass hier einerseits bei der Markteinführung und konsequent eigentlich bis zum heutigen Tag immer wieder von einem positiven Nutzen-Risikoprofil hinsichtlich der Drospirenon-haltigen Antipipipillen gesprochen wird. Es wird immer so getan, als ob das ein besonders sanfter Wirkstoff wäre. Als besonders gut verträglich hat auch der Frauenarzt von Katrin Weigerle die Pille Jasmin empfohlen. Die heute 31-Jährige bekam vor sieben Jahren Schmerzen in der Brust und das Atmen fiel ihr schwer. Nach vielen Arztbesuchen wurde sie schließlich in die Intensivstation eingeliefert. Sie hatte eine beidseitige Lungenembolie, fast wäre sie gestorben. Ein Viertel ihres Lungenvolumens ist bis heute zerstört. Ich bin damals zu meinem Frauenarzt gegangen und wollte eigentlich gar keine Pille verschrieben bekommen, sondern eigentlich habe ich gezielt nach Alternativen dazu gefragt. Und er ist darauf gar nicht eingegangen, ist immer wieder zurück auf diese Pille Jasmin zu sprechen gekommen und hat die als besonders schonend, besonders niedrig dosiert, angepriesen, besonders gut erforscht. Und da würde mir auf gar keinen Fall was passieren. Die Embolie hat ihr Leben verändert. Zwar hat sie ihr Jura-Staatsexamen geschafft, doch für den Beruf Juristin fühlt sie sich nicht mehr belastbar genug. Sie will eine Logopädie-Ausbildung beginnen und arbeitet bis dahin in einer Bar. Bis heute muss sie Blutverdünnungsmittel mit heftigen Nebenwirkungen nehmen. Wahrscheinlich wird sie keine Kinder bekommen können. Katrin Weigele hat eine Selbsthilfegruppe mitgegründet. Über 100 Frauen stellen hier ihr Schicksal dar, schwere Thrombosen und Lungenembolien nach Einnahme von Verhütungspillen der dritten und vierten Generation. In Deutschland sind 18 Todesfälle im Zusammenhang mit drospirenonhaltigen Pillen bekannt. In den USA sollen es sogar 190 sein. Über 12.000 Frauen gehen dort gegen Bayer vor, stellen Ansprüche. Und tatsächlich, Bayer zahlt im außergerichtlichen Vergleich schon insgesamt 1,4 Milliarden Dollar. Jedoch ohne die Haftung anzuerkennen. Auf unsere Anfrage schreibt Bayer, Zitat, Und der öffentliche Druck auf Bayer ist nicht so groß wie in den USA. Auch europäische Länder greifen durch. In Frankreich gab es eine Protestwelle gegen Bayer. Jetzt werden Verhütungsmittel mit den umstrittenen Wirkstoffen nicht mehr von der Krankenkasse erstattet. Und auf Drängen von Paris prüft die europäische Arzneimittelbehörde die umstrittenen Antibabypillen. Bis Ende des Jahres kann das dauern. Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte hat bereits vor Jahren auf das erhöhte Thromboserisiko der Verhütungspillen hingewiesen. Auf unsere Anfrage bestätigt das Institut, Kombinierte orale Kontrazeptiva der dritten und vierten Generation haben hinsichtlich venöser thromboembolischer Ereignisse ein circa zweifach höheres Risiko. Doch bis heute gibt es in Deutschland keine offizielle Empfehlung der Fachgesellschaft, jungen Frauen weniger riskante Pillen zu verschreiben. Nach wie vor gehören Pillen der dritten und vierten Generation zu den umsatzstärksten Arzneien in Deutschland. Wie kann das sein? Der Frauenarzt Dr. Richard Häusler setzt weiterhin auf positive Effekte von Drospirenon, wie etwa die Wirkung gegen Wassereinlagerungen und Akne. Und sagen Sie dann auch ganz platt, Drospirenon hat aber ein höheres Thromboserisiko? Das kann ich gar nicht sagen, weil die Aussagen ja nicht eindeutig sind. Warum soll ich eine Frau verunsichern mit uneindeutigen Aussagen? Uneindeutige Aussagen? Das Bundesamt für Arzneimittelsicherheit weist seit Jahren auf ein zweifach höheres Risiko hin. Professor Christian Thaler ist im Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe. Seiner Meinung nach bräuchte es für eine Leitlinie eine noch klarere Studienlage. Das ist ein extrem aufwendiges und letztendlich schon auch schwieriges und zeitintensives Verfahren. Ich würde jetzt nicht unbedingt darauf hoffen, dass da sozusagen sehr schnell diese Aspekte da jetzt gleich in Leitlinien gegossen dann sozusagen vorliegen. Da ist der einzelne Kollege schon auch gehalten, sich einfach an aktuelle Daten zu orientieren. Die kleine Marlene hat mittlerweile eine neue Familie. Ihre verstorbene Mutter bleibt jedoch Teil ihres Lebens. Christian Schock ist überzeugt, hätte seine verstorbene Frau von dem mindestens doppelt so hohen Thromboserisiko ihrer Pille gewusst, hätte sie sich dagegen entschieden. Vielen Dank!